dann gehst du da einfach so durch ja das was die da vorne machen die machen einen tauschhandel so kann man geld sparen und darüber reden wir in diesem video die lana macht ihr die rasterhaare sie ist eine künstlerin und gibt lana für was anderes das hast du bekommen dafür schön also sie hat dich auf deine haare angesprochen und hat dann gesagt dass sie kein geld hat dann ist dieser exchange entstanden der ukraine sagt ja der macht auch musik und der macht auch videos und so was da würde ich auf jeden fall ansprechen vielleicht könnt euch da auch zusammentun denn der ukraine der steht gerade neben mir ist ein mega korrekter typ lana ist ja musikerin und vielleicht kann er zum beispiel musik video für sie machen oder so was mal gucken was dann später passiert um selber feststellen zu können wie man geld sparen kann muss man eine auflistung machen von den ausgaben die man hat und deswegen habe ich das gemacht zwei wochen lang aber wie man bei mir sieht da kommt nicht viel bei rum essen geht viel drauf weil lana so gerne kocht ich alleine würde vermutlich nicht halb so viel geld ausgeben für essen aber sie liebt es einfach so super geile sachen zu kochen dann haben wir kaffee gelder immer wieder 13 hat da haben wir getrunken hier war ich einmal tanken 201 euro ich habe ja einen zusatztank hier habe ich zum beispiel für 1 euro 21 1 euro 21 getankt habe ich natürlich voll zugeschlagen und einmal 200 euro 6 ausgegeben aber dafür habe ich wahrscheinlich bis nach portugal einfach meine ruhe ja diese liste ist natürlich total winzig kann mich noch ganz genau erinnern als ich mit vanlife angefangen habe habe ich im ersten monat zwischen 2 und 3000 euro ausgegeben das ist für mich jetzt absolut unvorstellbar danach die monate lagen auch bei über 1000 euro und mittlerweile 500 600 euro vielleicht das hier sind ja zwei wochen rechnen wir das mal zusammen ja hier liegen wir bei ungefähr 311 euro in zwei wochen aber das ist nur weil ich tanken war mit der lana zusammenreise ich sehr langsam da verbraucht man dann einfach wenig sprit ich lasse euch mal alleine und zwar gehen wir in die stadt und ich zeige euch das erste womit man geld sparen kann ich hoffe ich kriege das noch hin weil die sonne ja schon untergeht und zwar genau das wir sind hier im wunderschönen valencia direkt am strand und hier in den cafés sitzen keine einheimischen da vorne hört man jemand deutsch reden hier sind straßenperformer die nur dort auftreten wo die urlauber hingehen weil die urlauber das geld locker verstecken haben da vorne sprechen sie englisch wir gucken uns mal die speisekarte an ich muss ehrlich sagen ich weiß gar nicht ob das jetzt günstig oder teuer ist aber wir wissen dass es teuer ist hier hier vorne reden wieder englisch ich weiß nicht warum so viele touristen darauf reinfallen und jetzt gehen wir einfach mal von der promenade runter hier die straße rein und bäm hier sitzen die ganzen einheimischen wir sind ja vielleicht 200 meter luftlinie vom strand entfernt lasst euch ja nicht von den touristen fallen über den tisch ziehen ich mache das auch alle gefühlte sechs monate dass ich dann an einer tollen aussichtsstelle mir einen kaffee hole und das dann so sehr bereue macht das nicht die einheimischen gehen da auch nicht hin die ersten monate habe ich das meiste geld für turi fallen ausgegeben und das ist überall dasselbe ob ihr in london seid ob ihr in schweden seid oder hier in spanien zudem die qualität der menschen begegnen und der totaler müll ist weil die nur euer geld wollen und euch wieder rausschmeißen wollen geht dorthin wo die locals sind und ihr werdet nicht nur eine viel bessere zeit haben sondern mega mäßig viel geld sparen das ist sowieso ein guter indikator immer dahin wo die locals hingehen also wenn du dann doch mal irgendwie draußen essen möchtest dann gibt es ja auch so kleine joints wo du wirklich super günstig sachen bekommst aber auch so hidden gems die hidden gems die findet man nur durch locals mal richtig und das ist auf diesem einen markt wo ich hin gelaufen bin da ich habe noch nie so was günstiges gesehen auch kein wort englisch auch alles nur bar wenn du was kaufst dann schenken die dir sogar noch was dazu einfach weil die es loswerden wollen weil das ja eigene ernte ist also super local ja und habe ich natürlich auch von einem local erfahren hier von charles der papa ja genau der hat dir davon erzählt fragt die älteren locals weil die alten leute die haben auch keinen auch viel geld auszugeben und deswegen sagen wir die guten sachen richtig gut bekommst hola hola buenas es du pero es muy buena milka 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 moltschokolade du mal. ich weiß, ob es ein Kabañal im Kabañal im Kabañal gibt. Es macht einen ofzigen Rettungsmärkten, mit einem Zappat . In dem Zentrum von Valencia ist ein Kabañal im Kabañal im Kabañal, berdurina, frutas . Ich muss das öffnen. Ich muss das öffnen. Ich muss das öffnen. Guten Morgen meine Hasis. Lana und Stan haben hier eine Aufnahme gemacht. Stan hat hier eine hervorragende Kamera und er schneidet dann ihr Musikvideo zusammen. Das ist dieses Geben und Nehmen ohne irgendwie Geld dazwischen zu haben. Das war lustig. Ich liebe es. Tschüss. Ja, natürlich. Ich freue mich, wie es sein wird. In der Kantine mal direkt ab. Für 5,50 Euro kriegt man hier einen Burger, Pommes und ein Getränk. Wenn das damals wie in der Uni ist, dann wären wir hier richtig schön satt. Hallo. Habla ingles? Nein. Nein? Okay. Aber das Menü ist nur für 5 Euro. 5 Euro. Aber das Menü ist dort. Was? Hamburguesa? Ja, auf der Seite. Hamburguesa. Okay. Hier? Marino? Jetzt gibt es Ärger. Marino, ich komme hier und mir die Hamburguesa. Marino, ich habe nur die Inglese. Hamburguesa habe ich nicht. Wir laufen gerade von der falschen Seite. Wir müssen da rein. Oh ja, die guten alten Uni-Zeiten. Wir lernen uns alle Leute kennen. Menü completo? Aber ingles? Wie viel? 3,75 Euro. Wie viel? Oh ja, okay. 3,75 Euro. Aber im Supermarkt kriegst du natürlich. Das Fischbrötchen ist mega lecker. Ich finde das okay preislich und Lana ist total begeistert. Schnell, schnell, die Vorlesung fängt gleich an. Was ich am besten finde an Uni-Gelände und so, dass die Leute vernünftig sind. Hier an der Uni gehe ich übrigens, oder bin ich immer super gerne feiern gegangen. Wenn ich Bock auf Party hatte, dann bin ich nicht in irgendeine Stadt zur Disco oder so, sondern du gehst zur Uni, suchst hier so ein Studentenwohnheim. Du hast eine fabelhafte Zeit. Ja, das stimmt. Übrigens auch ohne Geld auszugeben. Ja, richtig. Stimmt. Das ist das Universitäts-Gelände. Campus-Gelände. Das ist lustig finde. So viele Sachen, wofür du woanders hinfahren müsstest und dafür bezahlen müsstest. Zum Beispiel klettern gehen. Kannst du dir umsonst machen. Die beknackten Touris gehen mal wieder in die Bibliothek. Kein Essen, kein Trinken. Handy lautlos. Oh, ich bin hier nicht erlaubt. Bam! Und wir wurden rausgeschmissen. Sehen wir doch nicht wie Studenten aus? Das ist das erste Mal, ne? Ja. Krass. Vending-Machines auf dem Campus-Gelände. Hier gibt's die Sandwiches. Die kosten eigentlich viel, ne? 4, 2, 1,70. Das geht, ne? Oder? Ich schreie voll rum. Oh, da ist Security. Hier ist das Eerie, ne? Ja. Also Klima, es läuft hier schon. Oh ja, wir sind richtig. Boah, alt. Schön hier, ne? Pssst. Okay. Mal sehen. Zack, Internet. Egal, hier ist ein Drucker. Hier ist ein Drucker. Hier ist ein Drucker? Oh Gott, damn. Aber nur mit Account und wahrscheinlich mit bezahlen. Lana ist zufrieden. Lana hat Internet. Und ich gehe jetzt aufs Klo. Total hervorragend. Absolut super. Alter, was ist denn das für eine Anstalt hier? Unglaublich. Ist alles so hypermodern hier. Naja, was für eine Bibliothek. Die Klimaanlage ist oberkalt. Und jetzt kommt der Hitzeschlag. Boah, es ist kalt da drin gewesen, ne? Ja, ich dachte, ich hab Fieber. Du hättest nach oben gehen müssen. Boah, das war so eiskalt. Ich will das. Ich will das. Und wir gehen. Aber du willst mit Kredit oder? Cash. Ah, okay. Das funktioniert nicht. Ja. Ja, ich glaube, du musst... Oder vielleicht erst Geld irgendwann. Oh man. Du musst einfach genug Geld nehmen. Ah ja, okay. 1,20. Der Kaffee. Der ist mega geil. Mega geil. Der ist richtig geil. Ja. Campus ist mega geil, ne? Mega geil. Es ist so gehoben einfach, ne? Obwohl gratis. Ich weiß noch als Student, du hast da echt viele Sachen sehr günstig bekommen. Man könnte sich auch mit einem Camper einfach hier auf so einen Campus stellen und hier einfach leben, ne? Ja. Und für voll wenig dann. Ja, wir gehen jetzt nach Bennimaclee. Das ist ein Stadtteil Valencias, wo so Künstler unterwegs sind und sowas. Und wir gucken mal, wie günstig es dort ist, weil zum Markt schaffen wir es heute nicht. Die haben mittags bereits zugemacht. Das ist das Viertel. Sieht alles momentan ein bisschen verlassen aus und ein bisschen runtergekommen. Aber auch irgendwie cool, ne? Hier haben wir schon mal einen Früchteladen. Sebastian Melone. 69 Cent pro Kilo. Das ist mega günstig. Das sieht auch sehr, ja, lokal so aus, ne? Ja, mehr. Boah. Hola. Boah, mega. Hier könnte man sich richtig gut eindecken. Aber die Getränke wiederum sind etwas teurer, ne? Ja, ist halt ein Gemüseladen, so. Das ist schon echt cool. Adios. Gracias. Ja, und diese Gegend hier ist direkt neben dem Campus Gelände. Also ich nehme auch an, dass hier viele Studenten sind. Was natürlich auch mega gut ist. Lass uns mal so ein Öhmchen raussuchen und mit da quatschen. Mercado? Si, Mercado. De que? Frutas, verduras, ropa, si. In Valencia, no centro, si. In el centro de Valencia. Solo in el centro? Si, in el centro. Y una no turista? No, no, no. Ah, no turista? Pues sería por las mañanas, el no turista, el cabañal. Cabañal. El mercado del cabañal. Checkt man am morgen ab. Also alle, mit denen wir bisher gesprochen haben, sagen diese beiden Orte da, Valencia, Centrum und Cabañal, ne? Richtig. Ja, da müssen wir auf morgen warten. Ich glaube, wir finden hier sonst nichts. Latschen wir nur ein bisschen hier rum und so. Und checken hier so ein bisschen Sachen ab. Also Künstlerviertel weiß ich... Hola. No, gracias. Weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall Studenten hier, ne? Ich sehe viele Studenten hier. Also ich glaube, das ist schon günstiger hier zu leben. Ja, aber irgendwie scheint noch immer noch alles zu zu sein. Obwohl wir jetzt 18 Uhr haben, wirkt das hier irgendwie nicht so ganz belebt. Ja, es ist ziemlich ruhig hier, weil es eher so fürs Nachtleben gemacht ist. Auf jeden Fall. Man sieht ja viele Bars, viele Clubs und so. Roots Reggae ist hier vertreten. Also auf jeden Fall Studentenecke. Ja. Ja, hier finden wir nichts. Dann gehen wir wieder zurück und dann denke ich, wird es morgen mit dem Markt weitergehen. Ja. So, Tag 3 von der Hölle auferben. Wir gehen jetzt zu den Märkten und dann fahren wir mit dem Auto zu einem Einkaufszentrum und vergleichen. Dann haben wir das Thema Essen erstmal erledigt. Das ist eigentlich das, was ja am meisten Geld wegfrisst. Fortwärtschens. So, und zwar ist der erste Markt, den wir besuchen in Cabanal. Guckt euch das an, wie geil das aussieht. Hammer. Ist schon abgefahren, ne? Ja, mega süß. Man denkt echt, dass man so fertig mit der Stadt ist und dann kommt man wieder einen neuen Stadtteil und denkt so, hm, das ist doch ganz interessant. Ja. Und hier drin soll der Markt sein. Das ist eher der, ah, da ist ein Eingang. Das ist eher der historische Markt. Wow. Boah, ist schön kühl hier drin. Das ist wie ein Rieger in den Zeppelin-Werften. So, die Pflaumen gestern haben 2,85 Euro pro Kilo gekostet. Hier sind wir bei 2,95 Euro. Aber das ist erst der Anfang. Wir gucken noch weiter. Und hier sind Wassermelonen bei 1 Euro pro Kilo. Gestern waren wir bei 69 Cent, glaube ich, sogar mal an einer Stelle. Aber die Variation hier ist einfach bombastisch. Es gibt hier einfach so viel zu holen. Wow. Ich krieg hier richtig Hunger, du. Ich auch, mega. Und hier haben wir natürlich den obligatorischen Lottostand. Das ist natürlich totale Geldverschwendung. Meinst du, dass die hier auch mit den Preisen runtergehen, kurz bevor sie schließen? Ja, denke ich schon. Weil die schreien dann noch mal richtig rum, um so viel zu verkaufen wie möglich. Manche Märkte machen das einmal die Woche noch vor dem Ruhetag, dass sie so Kisten von Gemüse und Obst zusammenstellen für viel günstiger, als du normalerweise für alles einzeln bezahlen würdest. Ja. Also das überrascht mich. Ich finde es nicht günstiger hier, aber die Atmosphäre ist geil. Und die Auswahl ist natürlich bombastisch. Und ich bin mir sicher, dass die Qualität hier auch sehr hoch ist. Also schon irgendwie sehr lokal hier. Ja, sehr. Aber, ich weiß nicht, so auch ein bisschen Show und Shine mäßig. Sehr schön aufgeputzt und so. So, das war eher der historische Markt, der seit ein paar hundert Jahren existiert. Der hat so ein bisschen einen Hype-Bonus. Vielleicht ist es deswegen da nicht so erschütternd billig. Und jetzt gehen wir direkt ins Zentrum, Zentrum von Valencia. Das ist der Markt, den die Frau, die uns das alles empfohlen hat, viel besser fand. Und dann schauen wir mal da mit den Preisen. So, hier sind wir wieder an einem Früchtenmarkt irgendwo. in der Straße, in der Stadt. Und hier haben wir Pflaumen für 1,29 Euro. Und ich sehe auch gleich, hier sind wieder die Wassermelonen für 69 Cent pro Kilo. Das ist schon heftig, ne? Also die kleinen Märkte, die sind echt überraschend. Die schlägst du direkt zu, oder was? Ja. Ist die Qualität gut? Ja, Anna. Es geht das Vier schon sehr überreif. Überreif ist gut. Dann fermentieren die. Boah, hier kriegt man auch einen Haarschnitt für 6 Euro, Alter. Geil. Krass. Wasermelonen Test. Oder? 75. Oder 70. Oder 70. Pflaumen. 2 Euro. Ja. Ja. Schon interessant, wie es unterschiedliche Läden mit unterschiedlichen Preisen gibt. In Albanien zum Beispiel gab es ja immer Orangen für 60 Cent pro Kilo. Da kam ich ja super günstig mit weg, oder? So, und hier im Supermarkt sind wir bei Wassermelonen direkt bei 1,19. Schon anders, ne? Schon anders, ne? Schon anders, ne? Pflaumen. 3,09 Euro. Krass, krass. Ja, hier sind wir auch bei den Sandwiches. An der Uni haben die 1,70 gekostet. Hier kosten sie einfach mal 2,70. Wieder so eine Fruterita, wie heißen die? Fruteria. Und, ach genau, hier. Und die Pflaumen liegen bei 99 Cent. Das ist echt bandastisch. Ab Rheinland. 1,75. Ja, wie gesagt, manche Läden, die haben einzelne Artikel besonders günstig, um die Leute zu locken. Und die anderen Artikel halten den Laden dann über Wasser. Ja. So, und das hier ist der geniale Markt, den wir total verpasst haben. Ja, das wäre bestimmt sehr, sehr günstig gewesen hier, weil das Ding ist ja riesig. Da haben wir noch was. Aber die bauen auch schon ab. Wie viele Autos hier sind, Wahnsinn. 10 Euro, 5 Euro. Ja, das haben wir verkackt. Okay. Dann gehen wir zurück, ne? Ja. Geiler Markt, ne? Mega geil. Der war mega geil. Ich habe so gut eingekauft. Boah. Also, was haben wir bisher? Das günstigste waren bisher diese Fruit Markets. Fruterias. An nächster Stelle sind dann die Supermärkte, überraschenderweise gar nicht mal so günstig. Aber natürlich immer noch besser als irgendwelche Restaurants oder Cafés. Und noch die Märkte, ne? Die sind etwas teurer als die Fruterias. Das alles vergleichen wir jetzt noch mit einem Einkaufszentrum, wo es Supermärkte gibt. Und auch solche Sachen wie Action, da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Und da gucken wir uns dann auch nochmal die Preise an. So. Da wären wir bei einem Lidl. Weil wir müssen jetzt tatsächlich mal unsere Wasservorräte aufstocken und noch ein bisschen was zu essen holen. Und den Lidl gibt es überall in ganz Europa und deswegen ist das perfekt zum Vergleich. Und los geht's. Erste Station Wasser. Ich habe mich an 11 Cent pro Liter gewöhnt. Und das ist nicht das Wasser, womit wir uns waschen, sondern das ist einfach nur das Trinkwasser. Das Bordwasser zum Waschen, das kommt dann gleich. Kommen wir zum Essen. Wenn ihr wirklich günstig leben wollt, nicht nur reisen, dann isst ihr einfach nur Haferflocken. Ist alles drin, was ihr braucht. Hier kostet der halbe Kilo jetzt 85 Cent. Vor Corona war das bei 50 Cent. In England bekommt ihr das noch günstiger. Jedenfalls habe ich immer ein paar Kilo Haferflocken in meinem Auto für den Notfall. Die schmecken tatsächlich auch megamäßig gut, wenn ihr Hunger habt. Wenn ihr keinen Hunger habt, dann könnt ihr den nicht ertragen. Dann isst ihr auch nicht so viel. So, dann gucken wir uns im Lidl mal die Pflaumen an. Die liegen hier beim Kilo bei 3,39. Mal gucken, ob wir eine Wassermelone finden. Die Wassermelone liegt auch bei 1,29 hier. Ja, krass. Das ist meine Erkenntnis. Im Supermarkt sind die Früchte tatsächlich deutlich teurer. Das ist interessant. Wie man merkt, ich gucke immer gerne nach dem Kilo Preis. Hier sind zum Beispiel die Donuts so im 8 Euro Bereich pro Kilo. Hier sind so vorgefertigte Pizza Margarita 12 Euro pro Kilo. Das ist echt viel. Da wisst ihr dann, dass ihr im Monat halt sehr viel ausgibt, um einfach euch satt zu halten. Kleine Croissants liegen hier schon bei 6 Euro pro Kilo, 5 Euro pro Kilo. Gucken wir mal, was hier am billigsten ist. Ja, die normalen Brötchen sind schon sehr gut dabei mit 1,64 pro Kilo. Aber, was ich immer wieder gesehen habe, ist 1,60 pro Kilo diese Baguette-Dinger hier. Weil das sind ja quasi große Brötchen. Überlegt euch mal, ihr habt ja so einen dicken Wämser für 20 Cent. So, und abgesehen vom Preisvergleich, rate ich euch dringend, euch eine Liste zu machen von Sachen, die ihr tatsächlich braucht. Und nur die Sachen zu kaufen, die auf der Liste sind. Bei mir wäre das momentan Chlorreinigungsmittel. Die Tomatensauce ist mir ausgegangen. Die Milch ist mir letztens ausgegangen. Und das war's. Mehr brauche ich nicht. Mehr kaufe ich auch nicht. Es ist natürlich sehr verführerisch, sich hier von den anderen Artikeln verleiten zu lassen. Die Supermärkte, die sind totale Profis darin, einen noch mehr Artikel aufzudrücken. Und wenn ihr eine Einkaufsliste habt, nach der ihr euch einfach total diszipliniert haltet, dann könnt ihr quasi nicht mehr ausgeben. So, und jetzt gucken wir mal, wo Lana ist und was die sich für einen Quatsch holt. Hola! Entschuldigen, sie haben da einen Fleck vergessen. Hast du eine Einkaufsliste gehabt oder gehst du jetzt einfach nach, wie du dich fühlst? Manche Sachen weiß nicht, dass ich hier brauche. Und ansonsten gucke ich immer, was ich so in den nächsten Tagen gerne essen würde und versuche so einzukaufen, dass ich dann richtig viel damit anfangen kann. Aber heute Mittag hast du noch nicht an Eier gedacht, sondern jetzt erst. Ja, ich lasse mich manchmal inspirieren. Genau, ja, okay. Ich lasse mich gerne inspirieren und gebe dann mein ganzes Geld aus. Ich bin ein bisschen behindert damit. Ja, ist so. Ist einfach so. Ich muss eine Einkaufsliste haben, ansonsten bin ich sofort meine ganze Kohle los. Hier sowas zum Beispiel. So ein Scheiß. Ketchup und Senf in einer Tube. Aber das ist dann, dann hole ich 20 Stück davon und dann, naja, ich habe jetzt auch schon wieder hier Pina in der Hand. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Oder sowas hier. Als ob ich kein Besteck hätte. Aber ich will das einfach haben. Wisst du? So, damit haben wir das Essen fertig. Und jetzt gucken wir noch auf eine App nach diesem Too Good To Go, wo Geschäfte noch ihre Produkte billig verkaufen können, bevor sie ablaufen und sie sie wegschmeißen müssen. So, dazu machen wir die App auf. Wie ihr seht, ich benutze die jeden Tag. Oh, scheiße. Total veraltet. Und dann haben wir hier eine Überraschungstüte bei Mont de Sabor de Julien Blas für 5 Euro. Es sind nur noch drei verfügbar. Andere Nutzer haben Kommentare hinterlassen. Top Preis Leistungsverhältnis. Das ist aber eh nur für morgen. Heute könnte man um 20 Uhr hier Frutas y Verduras holen für 5 Euro. Top Bewertung. Das hört sich sehr gut an. Da muss man hier auf Registrieren gehen. Dann bezahlt man vorher per Paypal, glaube ich. Fährt dorthin, zeigt einen Code auf dem Handy, dass man die richtige Person ist und dann bekommt man das Essen. Haben wir bereits in Deutschland gemacht. Das war ziemlich cool. Machen wir jetzt nicht, weil die Früchte werden dann wahrscheinlich bald ablaufen und es ist nur noch eins verfügbar. Ich gehe mal davon aus, da sind wirklich Leute, die das gerade benötigen. Und zu guter Letzt möchte ich noch eine Sache zeigen. Und zwar weiß ich unter den VanLifern gibt es ab und zu Leute, die nicht so viel Geld haben. Ihr könnt jederzeit auch zu einer Suppenküche gehen. Das ist in Ordnung. Das haben wir bereits im Barcelona Video gesehen. Ihr könnt einfach Suppenküche bei Google Maps eingeben. Da findet ihr in den großen Städten immer welche. So, Essen erledigt. Die nächste Sache, die wir uns angucken, dahint ist ein Action. Da gibt es auch immer Billigkram. Hier ist es dort einfach heiß ohne Ende. Ich brauche einen Ventilator und dann gucken wir mal in dem Laden nach. Da kriegt man auch oft Sachen extrem günstig. Das gibt es in Deutschland auch. Ich weiß nicht, wie weit das in Europa vertreten ist. Oh na man. Ventilanti für 3,39 Euro. Ich kann es nicht fassen. Das ist heftig, ne? Es gibt hier in Spanien noch die Basars, diese ganzen kleinen China-Läden. Da muss man je nach Land immer gucken, wo man die Sachen so billig herbekommt. Einfach Auge offen halten. In jeden Laden reingehen, wenn man in ein Land reinkommt. Und dann blickt man da eigentlich ziemlich schnell durch. Dann haben wir das. Jetzt kommen wir zum Bordwasser. Also das Wasser, das man nicht zum Trinken benutzt, das habe ich hier drin. Dazu kann man eigentlich immer zu einem Friedhof gehen und das einfach auffüllen. Aber hier in Spanien gibt es so einzelne Brunnen, die überall verteilt sind. Das ist komplett gratis. Los geht's. So, zum Wasser holen in Spanien jetzt spezifisch. Erstens, ganz wichtig, ich stelle mich so hin, dass ich mit dem Auto noch halb auf der Straße bin und die Leute kaum vorbeikommen. Das ist sehr wichtig. Suche ich so eine Trinkwasserstelle hier in Brunnen auf Ostmand. Dann hole ich den Kanister raus. Gehe zu dieser besagten Wasserstelle hin. Verschere ich dir die drogenabhängigen Frauen, die hier sind. Und füllt euer Wasser einfach auf. Sieht aus, als ob ich pinkeln würde. Ah, viel besser. Macht das Auto zu. Hier sind echt viele Meth-Heads. Krass, hier ist einfach irgendwie so eine Meth-Pfeife oder sowas. Eieieiei. Aber wenn man schon mal dabei ist, dann macht man das so richtig rappelvoll das Ding. Bis zum Auto zurückschleppen ey. Boah. Der ist an meinem Auto. Am rumfummeln. Krass ey. Plane? Boah. Boah, geht das ab. Hast du den Meth-Head gesehen hier am Auto? Ja. Deswegen hast du mir grad geschrieben. Krass, ne? Wir holen direkt ab. Der war mega aufdringlich. Boah. Messe? Ach, neun Meth-Heads. Ja, die können unberechenbar sein. So, wenn ihr dann sicheren Abstand zu den Meth-Heads aufgebaut habt, dann baut ihr das wieder rein. Fertig. Gratis Wasser. Es ist auch viel zu dunkel jetzt. Morgen geht's weiter. Gute Nacht. Einmal, einmal. So, meine Lieben, jetzt kommen wir zum Thema Wäschewaschen. Ganz oft nachgefragt. Wir gehen mal rüber zu Stan, zu dem Ukrainer und fragen, wie er es macht. How do you wash your clothes? In a machine somewhere? Yeah. There's a clothes from Elfadona behind me. There's a laundry. Dachte ich mir schon fast, er benutzt Waschmaschinen, die es überall gibt. Man kann die immer wieder in der Stadt finden. Jeder kennt diese Waschsalons. Unter Van-Lifern ist es üblich, dass man zum Beispiel auch bei so Lkw-Parkplätzen, wie man sie bei der App Trans-Parking zum Beispiel findet, Waschmaschinen benutzt. Die Preise variieren von Land und Qualität der Wäsche zwischen 5 und 20 Euro. Aber wir machen das jetzt für fast gratis. In unseren Van, wir nehmen so einen Schwerlast-Sack, so einen Clips zum Abschließen und Waschpulver. In dem Sack kommt die Wäsche rein, Vollwaschmittel-Pulver. Da kommt dann Wasser rein, das wir ja bereits gratis geholt haben. Ah, viel besser. Um das dann zuzuknipsen und durchzukneten. Einmal mit Waschmittel, zweimal nur mit Wasser. Man kann das auch in solchen Behältern hier machen. Aber wie man sieht, das verbraucht ja deutlich mehr Wasser. So, gewaschene Klamotten. Man darf aber nicht zu viel davon machen, weil das Trocknen stellt sich oftmals als noch schwieriger raus, als das Waschen selber. Ich hatte hier mal wirklich so einen Dunst im Fahrzeug stehen, weil ich ganz viele Klamotten hier hängen hatte. Ich habe hier vorne jetzt noch so eine Wäscheleine, die ich mir hinhängen kann. Da ich aber gleich weiterfahren werde und ich mich hier eh nicht verstecke, kann ich die Klamotten auch einfach draußen trocknen. Und das war's. So, jetzt fahren wir weiter in den Wald, weil es hier einfach viel zu heiß ist. Und da kann man auch viel Geld sparen und zwar nämlich beim Spritverbrauch. Als allererstes solltet ihr immer darauf achten, dass eure Reifen ganz aufgepumpt sind. Der Verbrauch kann immens steigen und auch die Gefahr kann immens steigen, wenn man einen Halbplatten hat. Und ich muss euch jetzt übersimplifiziert erklären, wie ein Motor aufgebaut ist. Ein Motor verbrennt Sprit, indem er Druck aufbaut und dazu muss er wie so eine Pumpe funktionieren. Das nennt man die Kompressionsphase. Je schneller der Motor dreht, das seht ihr an eurer Drehzahl vorne, desto öfter muss er kompressieren. Das ist schwer für den Motor, dafür braucht er noch mehr Sprit. Deswegen kann man grundsätzlich sagen, fahrt so tief tourig wie möglich, also mit so wenig Drehzahl wie möglich. Fahrt so vorausschauend wie möglich, wenn ihr da hinten eine rote Ampel seht, dann geht vom Gas. Ihr müsst nicht unnötig Sprit verbrauchen oder eure Bremsen. Die muss man auch ständig erneuern, das treibt nur die Kosten in die Höhe. Vorausschauendes Fahren macht ganz viel aus, das lernt ja jeder heutzutage in der Fahrschule. Demnächst hat ca. 2 Kilometer Einbiegen im Preisverkehr. So und nach der Fahrt ist der perfekte Zeitpunkt, um den Ölstand zu überprüfen. Ölstäbchen raus, einmal komplett abtupfen, einmal wieder reinstecken das Plastikding und dann könnt ihr es ablesen. Ich muss mal ein Stückchen voll machen. Warum ist das mit dem Öl richtig? Weil mit dem Öl im Motor ist es so ähnlich wie mit dem Öl in der Pfanne. Habt ihr keins, dann könnt ihr euer Essen verbrennen und dann gleich wegschmeißen. Und es ist besser immer so viel Öl wie möglich drin zu haben, weil das Öl die Temperatur an der wichtigsten Stelle rausholt und 10 Liter Öl viel länger braucht, um heiß zu werden als 1 Liter Öl. Öl hilft euch also dabei, die exakte Betriebstemperatur zu halten. Es ist auch äußerst ratsam, wenn man am Fahrzeug alles mögliche selber reparieren kann. Ich kann zum Beispiel die Bremsen machen, ich habe den Zahnriemen selber gewechselt. Das hat den angenehmen Vorteil, dass das Fahrzeug natürlich in Top-Verfassung ist. Rostbehandlung ist auch ein Riesenthema bei Vanlifern. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Diese wundervolle Scheibe hier werde ich auch selber reparieren. Da habe ich bereits Erfahrung drin. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Andi aus EU und Saik Mladen für die Spenden. Die gehen direkt hier rein. Dafür könnten wir eine kleine Tanzeinlage machen, oder was meinst du? Es tut mir leid, dass das Video so komisch ist. Die Hitze ist echt unerträglich und die kleine süße Lana ist jetzt krank geworden. Sie braucht sich ja nicht ins Auto setzen. Es ist sowieso bullenheiß hier überall. Ich hoffe, das Video war trotzdem halbwegs erträglich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich antworte allen, auch wenn das manchmal ein paar Tage dauert. Hab euch lieb. Wir sehen uns unterwegs.